Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf Fortnite Battle Royale. Ja, jetzt will mich jemand vernichten. Na los, komm schon. Ja. Ja. Oh. Ach Kollege. Wenn du dann schaffest doch auch, wenn du mich schon jagen möchtest, ja. Schlimm, schlimm, schlimm hier bei der heutigen Jugend. Ha, ha, ha. So. Liegt hier oben noch was? Yeso, messo. Machen wir es einfach mal so. Zack. Gut. Haben wir noch ein bisschen Loot. Für den Sput. Wir heilen uns hier zweimal oder einmal. Mal gucken. 64. Ja, komm, wir machen Horror 75. Besser ist es. So. Komm, hier drüben haben wir auch eine Kiste, oder? Bitte. Das wäre sehr schön. So. Metall, ja. Darüber freue ich mich auch immer. Oi, 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 oi. Dios mio. Sehr schön, eine Scar. Ja. Darüber freut man sich doch, würde ich meinen. Oder? Leute. Ich will die Raketen mitnehmen. Okay. So. Gut. Gut, gut, gut. So. Jetzt machen wir hier nach meiner M4. Nein, brauchen wir leider nicht. So. Jetzt machen wir nochmal ganz hoch, würde ich sagen. Da könnte ja auch noch was liegen. Für den Niegen. So, zack. Was haben wir hier? Nichts, natürlich. So. Gut. Wir machen mal noch dort 14, zwei Häusern, würde ich sagen. Ja, sieht so aus, als ob dort noch niemand war. Das gefällt mir. Wir sind auf jeden Fall auch in der Zone. Das ist fresh. So. Da war noch ein bisschen holz. Oben ist eine Kiste. Jawohl. So. Gut. Gut, gut, gut. Was haben wir denn hier? Ja, wieder nichts, was wir so richtig gebrauchen könnten. Granaten. Ja, würde ich sowieso wegwerfen, wenn wir was machen. Was anderes finden würden. Was ich eher gebrauchen könnte. So. Man baue Kugeln, ja. Ganz nett, aber Headgun auch eine Sniper, muss ich sagen. Oder Raketenwerfer. So. Gut. Wir schauen mal nach dort hinten nach. Vielleicht war dort auch noch niemand. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier war vielleicht schon jemand. So. Liegt nochmal eine Granate. Ey. Ich hätte gerne noch ein Schild trank. Oder ein Schlürfsaft. Ich hätte gerne noch ein Schild trank. Ja. Hier war schon jemand. Hier war schon jemand. Gut, 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 gut. Am besten wäre es halt jetzt, wenn wir hier irgendwie vielleicht jemanden umlegen würden, der gutes Zeug dabei hat. Da sind Kisten. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. So muttert. So nicht anders. Sehr gut. Scheiße, ich hau mal noch die MP5 weg. Wir heben sie einfach mal auf. Wir haben ja schon ein Sturmgewehr. Da möchte ich nicht noch ein zweites mitnehmen. Eine Pistole hätte ich da eher schon. Eine Pistole. MP5 weg. Vielleicht eine blaue Pistole. Ja, da würde ich mich ein bisschen mehr drüber freuen, muss ich sagen. Oder eine Sniper. Gut. Nehmen wir die Pistole jetzt hier mit. Ähm. Eher. Schickes Ding, was dort oben ist. Ja. Guten Flug. Äh. Soll ich das verstehen? Ich glaube, ich sollte das nicht verstehen, oder? Ich weiß nicht, wollen wir da mal hinmachen. Wir bleiben lieber mal noch ein bisschen hier oben. Da wir ja in der Zone sind. So. Sack. Gut. Da oben ist bestimmt keiner. Aber irgendjemand hat es dort abgeschossen. Denn ich bezweifle, der hat es selber gemacht. Na gut. Vielleicht hat er sich so gedacht, komm, wir fliegen jetzt mal nach unten. Aber das bezweifle ich. Hier ist aber auch nirgends wo einer. Ja. Was sagt dich da gerade, Leute? Hier ist nirgends wo einer. Ja. Ist ja nur genau wo drüben, einer. Komm. Ja. Aua. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Es hat leicht gezogen, muss ich sagen. So. Wir machen uns mal schnell wieder hoch und gucken, was der für ein Loot dabei gehabt hat. Und bauen uns dort erstmal noch ein bisschen ein, würde ich sagen. So. Gut. Gut, gut, gut. Hier ist irgendwo nochmal jemand. Der da hinten. Da hinten, da hinten, da hinten. Komm schon. Verschießen wir ihn hier ab. Kam nur, mir ist gerade zuvor oder hat das gerade ein kleines Bettelgeruch. Oh, gut. Kollege. Ich weiß nicht, machen wir da jetzt hin? Das sieht eigentlich nicht so gut aus, was Loot angeht. Ach, kommt. Wir riskieren uns jetzt einfach mal, Leute. Kommt schon. Go, go, go. Was liegt denn da? Ein bisschen Munition und sowas. Ja, Munition können wir halt gebrauchen. Aber der Rest... Ja, hat sich jetzt irgendwie nicht so gelohnt, ja. Klar, noch ein paar Baumaterialien, aber so richtig hat sich das wirklich hier nicht gelohnt. Und bauen wir uns mal hier auf. Sehr gut. Die obere Etage, wir machen noch ein bisschen mit Stein. Und so lassen wir das jetzt mal. So, ganz kurz ein Map, ja. Ja, wo könnte es wohl enden. Wenn wir gleich sehen, in 34 Sekunden ungefähr, dann werden wir es sehen. Aber hier war auf jeden Fall noch mal einer in der Nähe. Wo ist der, frage ich mich gerade. Ja, der ist gerade hier. Hey, geh weg. Wo bist du? Hey, Kollege. Stop, 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 stop. Gut, dann bleib du mal unter meiner Basis. Ist die... Erlaubt, Kollege, ja. Du kannst ruhig hier unten bleiben. Hallo, ich habe nichts dagegen. Was? Ein Schuss. Was soll das denn jetzt für eine Shotgun, ja? Wow. Wow.